Was wollte mein Vater? Mich prüfen. Dich prüfen? Ja. Hast du ihm von uns beiden erzählt? Ich bin doch nicht bescheuert. Nun, irgendjemand hat ihm von uns erzählt. Und jetzt? Jetzt hole ich Melgans Dolch von seinem Grab, damit wir heiraten können. Du willst mich heiraten? Du mich nicht? Doch. Das kommt nur so plötzlich. Wer könnte uns bei deinem Vater verpfiffen haben? Vielleicht Oruk. Du hast Oruk von uns beiden erzählt? Nein. Er hat uns gesehen. Und wir haben uns deshalb gestritten. Tut mir leid, Hirte, aber ich kann dich nicht über die Brücke lassen. Ich hab Probleme mit Mole Rats auf meinen Feldern. Bis ich die los bin, sollten alle lieber im Dorf bleiben. Groma will aber, dass ich zu Melgans Grab gehe. Hm. Groma. Na, dann lass ich dich durch. Das will ich auch hoffen. Pass mal auf, Hirte. Ich mach dir einen Vorschlag. Was für einen? Ich geb dir meinen Knüppel, wenn du die Mole Rats totschlägst, die sich auf meinen Feldern rumtreiben. Her mit dem Knüppel. Ich kümmere mich um die Mole Rats. Du hast Mole Rats auf deinen Feldern? Die vertragen doch gar keine Sonne. Das Sonnenlicht bekommt ihn noch nicht sonderlich gut. Aber sie sind trotzdem noch gefährlich. Das ist los. Das ist los. Das ist los. Das ist los. Seh ich aus wie ein Kämpfer? Das war nicht witzig. Verzieh dich. 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 Verzieh dich.